Herzlich Willkommen bei Bränden Mundorf. Wir haben heute wieder ein Messier Objekt, Messier 3, wieder mal ein Kugelsternhaufen und da befindet sich diesmal ein Sternbild Jagdhunde. Dieser ist am Himmel auch relativ leicht zu finden, der ist im Frühling sichtbar und befindet sich genau zwischen Arctur im Sternbild Perrenhüter und dem Sternchor Karoli, dem Sternbild Jagdhunde. Dieser Haufen besteht aus 500.000 Sterne und hat 212 veränderliche. Und 170 davon sind RR-Liri-Sterne. Das sind Pulsationsveränderliche, auch dazu werde ich auch noch ein Video machen, wo wir dieses Thema nämlich sehr gut behandeln können. Ich hoffe dieses kurze Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke!